Ich nehme mal, wir machen einfach mal ein Déjà-vu. Genau. Diesmal spawne ich ganz hinten und habe den linksten Weg. Und Ersteindruck von dem Teil, Stefan? Ich bin heute zu unkonzentriert. Falls mir das nicht aufgefallen ist, bin ich in der letzten Runde auch wieder relativ früh abgenippelt. Das ist mir durchaus aufgefallen. Ich bin nicht gar nicht. Ich bin nicht in Höchstform, das liegt am Bett da. Alter, jetzt musst du mich abdrängen. Wir sind so schön zusammengefahren. Lachen, ey. Wieder war ziemlich schnell ins Jahr. Sehe, hier haben wir nicht lange gehalten. Diesmal komme ich mal mit zu dir rüber, Kurdi. Ja, wird sofort wieder weggenommen hier, die Flagge. Ah. Erstes Fahrzeug verloren. Du hast aber einen Ari-Kill gemacht. Ich habe gar nicht. Du hast einen Ari-Kill. Ach nee, das war Kurdi. Entschuldigung. Entschuldigung. Panther, hier vor uns. Ich kümmere mich drum. Zack. Guck'n hier oben. Ich sehe nichts. Ich kann nicht draufballern. Tiger vor uns. Scheiße, in der Stadt. Suchen, zu flankieren. Ich habe nur den Fahrer gekriegt. Ja, flankieren. Er hat mich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe nicht. Ich stehe mich noch auf der Straße. Ich muss ein Stück weiter vorfahren. Jawohl. Ja, stehen sie hier schon vom Spawn. Ich könnte kotzen. Da, wo markiert ist, bei C. Ja, hier oben. Ah ja, werfe ich eine Bombe gleich drauf. Ja, KV 85. Es ist... Zweites Fahrzeug verloren. Nichts geschissen. Da ist der. Oh Mann, muss ich stahl anfliegen. Das war herausfordernd. Ach, ey. Es war es jetzt schon wieder für mich gewesen. Das ist unfassbar. Ich glaube, ich höre auch gleich auf heute. Das hat ja keinen Wert. Ich glaube, ich höre auch ein bisschen was auf. Oh, da sind welche angepisst. Scheiße. Jetzt aber weg hier. Aua, 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 aua. ITP. Ich hasse dieses Flugzeug. Ich hasse es. Geh rein, kann man zu? Bitte? Ach, gut. Ach, der war auch da unten. Der ist ja nicht. Der ist ja nicht. 1000. 1000 Punkte für das nächste Flugzeug. Ihr wollt mich doch verarschen. We need to put more pressure on the enemy. You're willing. Attention to the designated grid zone. Attention to the designated grid zone. Okay, ich hasse es nicht. Echt, yes. nicht alle. Ich sehe das nicht. Okay. 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 Hinter dir, Brody, pass auf, Feinfler, du bist zu langsam, oder? Ach nee, der fliegt uns hier an. Oh ja, ich bin viel zu langsam. Oh Gott. Oh Gott, ich bin viel zu langsam, ich bin viel zu langsam, ich bin viel zu langsam. Das war's für heute. ich glaube wir machen auch mal schluss heute hier ok ich würde euch was, bis morgen ausweichen kurdi ausweichen ja mein motor ist so dunkel orange dann würde er, ja gut er fehlt uns wahrscheinlich zu spät ja ernsthaft 72 punkte ja 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 Boah, ernsthaft. Wie erschrecklich. Weißt du, ob es Feindflieger gibt? Da wird geschossen auf jeden Fall. Ich sehe ihn. Ich bin hinter ihm her. Der ist so gut wie down. Wir kriegen um Verrecken halt keine Flagge mehr. Ja, weil... Wir kommen auch aus den unmöglichsten Ecken. Okay, wo ist dieser PTR? Das wüsste ich ja jetzt ganz gerne mal. Ah, holen sie sich auch wieder. Ich glaube, bei B müsste eine Russenflagd sein. Den meinte ich. BTR, ja. Na ja, der ist scheiß Vieh. Na. Da vorne ist ein Panther. Ich auch nicht. Vernehm'n ist die Flagge. Natürlich. Ich sehe sie. Also wegen mir kriege ich über B nicht. Habe ich hier einen Durchschlag. 42 Millimeter. Keine Chance. Feindflieger in der Luft. All right. All right. Ja, um zu bauen. Ich hör noch weinen. Fuck. Ich komm zu dir runter. Natürlich nicht. Wo bist du? Bei der Brücke. Wieder da. Rosa? Abgestürzt? Nee. Nee. Ich bin hinter ihm. Mann, ey. Wir sind ringsrum eigene und die machen was sie wollen. Das ist unglaublich. Die machen mich wahnsinnig. Ja, jetzt ist die Runde eh vorbei. Ja. Ja. Vielen Dank.